Hören Sie, ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Ich möchte nur wissen, in welchem Ihrer Motels ein Kongress für Bienenzüchter stattfindet. Was denn in allen? Ja, dann find ich. Ja und? Keine Spur. Wir waren sogar bei der Polizei, um zu sehen, ob irgendwas vorliegt. Aber abgesehen von einem Schwein, das von einem Sattelschlepper fiel und einer größeren Anzahl von Bienen stichen, scheint das eine ruhige Nacht zu sein. Alf! Alf, Alf, bist du verletzt? Sehe ich so aus, mir geht's gut. Aber dieses Telefon ist der letzte Schund. Ich muss mit Joel darüber sprechen, wenn er auf Springs zurück ist. Vergiss das Telefon, vergiss Joel. Ich stelle fest, du hast unsere Garage ruiniert. Und zwar, wenn ich das erwähnen darf, jetzt schon das zweite Mal. Bedauere ich sehr, Willi, also ganz ehrlich. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Eine Brille? Weißt du, was du brauchst? Du brauchst einen Anwalt! Bitte, Willi, beruhige dich doch. Dann sag ich dir in aller Ruhe, dass es unverantwortlich von dir ist, mit dem Auto einfach durch die Gegend zu fahren. Dabei dein Leben und das Leben anderer zu gefährden und uns in Aufregung zu versetzen. Und solche und ähnliche Dinge wiederholen sich immer und immer wieder. Aber wir hatten auch lustige Zeiten, sagt es ihm, Kelly. Ja, wir hatten auch lustige Zeiten, sehr lustige Zeiten sogar. Aber das hier gehört nicht dazu. Oh, was du angerichtet hast! Schon gut, komm wieder runter. Mach dir keine Sorgen, Willi. Ich werde alles bezahlen. Und wie stellst du dir die Bezahlung vor? Naja, ich werde Joel morgen anrufen, werde das Auto wieder verkaufen und dann nehmen wir das Geld und lassen die Garage reparieren. Tust du das auch? Wirst du Joel anrufen? Ja, genau genommen Joels Assistenten. Denn wie ich bekanntlich schon sagte, Joel ist in Palm Springs. Das klingt doch vernünftig, nicht wahr, Willi? Ich glaube schon. Es ist wahrscheinlich das Beste. Und ich bin froh, dass du nicht verletzt bist. Danke. Natürlich lasse ich mich genau untersuchen, bevor ich etwas unterschreibe. War nur Spaß, Willi, nur Spaß. Oh, das wird Mrs. Ogmonic sein, wegen ihrer Hecke. Was ist damit? Ich gehe schon ran. Mr. Penner! Das sind bestimmt die Leute von gegenüber. Deckt deine Versicherung auf eine fremde Veranda? Gleich zurück. Verlass nicht die Stadt. Ich komme! Also, Alf, ich werde dir das nie vergessen, was du für mich tun wolltest. Aber was hast du bloß gemacht? Ach ja, ich bin durch ein paar Vorgärten gefahren und habe dabei ein bisschen Kleinholz gemacht. Der Rest ist verschwommen. Ich sehe mir lieber nach, ob ich irgendwas für dich tun kann. Ich, ich glaube, ich gehe heute früh in die Falle. Ich bin durch die Vorgärten gefahren. Ich bin das nicht zu viel.